Biathletin Laura Dahlmeier. Auf dem Weg zu ihrem nächsten Titel. Allerdings kein gewöhnlicher sportlicher Titel. Champion des Jahres ist wirklich eine großartige Auszeichnung. Es ist was anderes wie eine Goldmedaille bei Weltmeisterschaften in einer spezifischen Sportart. Die Stiftung Deutsche Sporthilfe hat zu dieser besonderen Sportlerwahl rund 80 Athleten in die Türkei eingeladen. Eine Woche abschalten, Spaß haben, wie zum Beispiel beim Rafting. Für die fünf nominierten Champion-Armwerter geht es aber auch um ein bisschen Wahlkampf. Ich glaube, es ist eine super Auszeichnung und eine Ehre, wenn man das mal sein darf. Wenn man jedes Jahr zu so einem genialen Urlaub fahren darf, da reißt sich schon jeder den Asch auf. Im Vordergrund steht aber vor allem das Genießen und der Kontakt mit den anderen Spitzenathleten. Super entspannte Atmosphäre, es macht Spaß und es wäre natürlich ein Traum, wenn ich da wiederkommen dürfte. Dahlmeiers Bewerbung zur Nominierung, der Weltmeistertitel in der Biathlon-Staffel und Platz zwei in der Verfolgung. Ich glaube, da hätte keiner damit gerechnet, dass wir da so überlegen gewinnen und dazu noch die Einzelmedaille. Ein Traum. Es war mit Abstand die beste Saison meiner Karriere. Das Sahnehäubchen eines erfolgreichen Jahres aber wäre definitiv die Auszeichnung als Champion des Jahres. Ich möchte gerne Champion des Jahres 2015 werden, weil es nicht nur für mich, sondern auch für das ganze Team eine super Wertschätzung der letzten Saison wäre. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020